Die Schreinerei Fellmann bietet ganz individuellen Innenausbau an. Wir sind tätig in verschiedenen Bereichen. Teilweise fertigen wir Küchen, dann fertigen wir aber auch Schränke, Einzelmöbel, wir fertigen Türen und auch ganz komplexe Innenausbauarbeiten. Wir haben sehr viele Maschinen von der Firma HOMAG. Mit der Firma HOMAG sind wir sicherlich sehr zufrieden. Daraus hat sich dann auch die Zusammenarbeit ergeben mit der Firma IMMOS. Für uns, die Schreinerei Fellmann, ist es sehr wichtig, wenn wir Pläne zeichnen. Das heißt, einmal erfassen, dann gibt es sicherlich Abänderungen und danach wollen wir produzieren können. Die Durchgänglichkeit bringt sicherlich Vorteile in Sachen Fehlerquote. Wir konnten die Fehlerquote minimieren. Weiter sind sicherlich auch die Durlaufzeiten, die konnten reduziert werden, insbesondere Maschinenraum. Da haben wir heute eigentlich 50 Prozent eingespart von der Zeit. Grundsätzlich beginnt der ganze Prozess im Verkauf mit dem ersten Kundenkontakt. Dann werden die ersten Verkaufszeichnungen erstellt. Diese übernehmen wir dann in der Projektleitung, arbeiten diese produktionsreich aus, generieren daraus Dozenteprogramme, die Materiallisten und vergeben dann das Ganze in die Produktion. Die Datenbank ist die Grundlage für eine effiziente Planung und es geht dann auch reibungsloser nach draussen, weil alles was einmal sauber abgelegt ist, das funktioniert auch draussen. Die Zusammenarbeit mit der Firma Holag und auch mit Dinos klappt gut und ist auch schön, wenn eine grosse Firma dahinter steht, die hat auch den nötigen Druck oder die nötigen Mittel oder Hebel zum Ansetzen.